hallo ist wegen wir machen morgen weiter so ich habe jetzt ein paar schuss reingeballert was brauchte ich noch was brauchte ich noch was wollte ich noch was aufs klo habe ich jetzt gemacht wieso nehme ich den ich lasse die tür hier offen aber die darf verladen noch kein strom ganz normal dann wird gibt es neuer kampf was da nix da häuser kampf also du bleibst jetzt hier richtig ja ich bin ich bin schon position ich schlafe nirgends wenn das jetzt überall strom drauf versorgt ich habe jetzt alles mit ich habe essen bin ich habe so blöd durch ich habe hier oben haben auch noch einen zaun aussieht einmal gehört rein ach so du willst von oben kämpfen ja mein weil wenn die die unten und die sind aus die sind noch aus ich mache die nur erst an wenn wir gehen oder wenn es wirklich zu viel wird dann mache ich sie an außerdem musst du hier geh mal kurz hoch bitte nee er ist an weil der sagt gerade aus als wäre ausgegangen bei dir habe ich hier ist eine lücke na gut da springt die eigentlich nicht hoch na gut es wird schon passen ok habe ich jetzt alles 3000 schuss also ich habe 3000 schuss neuner an feuer waffe 300 schuss von der aber bei der wie endet man das alles 1200 schuss aber ich verbrauche erst die dann wenn ich sie dann erstmal braucht und 2000 schuss hast du so schön ist ein unten einmal durch wechseln 1800 siehst du hast zu wenig davon ja aber wenn du platz hast nimm sie rein dann musst du nicht weg gehen jetzt hast du blockiert oder ja ich meinte die überschüssige die oben ist also hattest du viel zu wenig die ganze zeit mit ich das gerade richtig springt doch jedoch hier rüber darüber hier da und dann einfach da hoch als er 2737 schuss richtig nicht nicht nein hat es nach oben welche nimmst du ja die benutzte aber nicht erst so gemottet ja ein bisschen ja ok was kein bello mit es geht los vergiss nicht dein elixier ok ich nehme oder noch ein bisschen warten ich warte ich warte noch ein bisschen die kommen jetzt er hat mir hergerannt und der gute hält vier minuten er hat vier minuten ok da kommen sie ich nehme mal es bringt in der kühle wir kommen von hinten von hinten kommen sie eh nicht rein deswegen habe ich hier zugebaut obwohl da kann ich schon niedergemetzelt sein machen wir mal eine lexier jetzt hast du den kratzer schossen das war glaube ich mein nein mein stoß ding und die schießen ja doch ist egal nein ich möchte nicht dass sie schießen wegen wegen muni wir sollen die muni sparen wenn es wirklich grenzlich wird und du nach vorne jetzt kommen wir von hinten warum kommen so viele geier keine ahnung also du hörst du ja die ganze zeit hast du abgeteckt die klappe endlich gut die kommen noch von einer seite durch den stromzaun also macht es ein geräusch du die die schnitzel ja klingt richtig gut ich habe mir das knie angeschlagen und in gaia alles ok er versucht auch nicht zu gehen aber es schießt direkt über dir geht nicht achtung sie kommen durch da jetzt hat der geier mich auch unter geschmissen hatte er zu sagen die schießen zwar aber die da geht nichts weg ich werde garantiert wegen den geiern sterben bin infiziert und alles meine mine ist explodiert schön also die liebte so versteckte du ich habe auch so sehen ich habe auf die zombies geschossen und genau die mine berühmte ich habe schmerzmittel und steroide eingepackt gebunden die beute die zombies komponenten ich mache mir doch von vorne wieder ein gaia ich habe ihn getötet ich habe ihn getötet immer bei mir noch einer der geht auf dich die vielen geier hier kommen ich habe mal erwischt ja ja das unter gefahren aber jetzt zum ersten mal gut er passiert direkt durch büro kommen alles ok naja was ist denn los sind wir zu gut jetzt wieder ich glaube ich mache die teile mal aus die weg der wenn der dich anschießt denkt man das ist jetzt hat es da ausweichen achtung jumper grün der drin fährt auch dir dein gestützt ist auch kaputt also dann geschützt muss man irgendwie reparieren ich habe nichts mit wieso nicht wie willst du deine waffen reparieren gute frage nächste frage das wird jetzt lustig ich habe aber jetzt zum glück mit wenigstens die geier jetzt auch jetzt kurz rüber hatte ich reparier kurz meine sachen ja ich habe ja ausgeworfen da kommt noch einer wenn es repariert ist gleich wieder hinstellen ich muss mich heilen ich bin kritisch verletzt gewesen oh scheiße ich muss mich heulen jumpa lebt noch tot achtung boah ok ich mache die geschütze wieder an kannst du schießen ja ja mach ruhig ah ist meiner sauch kaputt mein schubser die geschütze sind an ich glaube ich jetzt auch an ja ja ich habe ein waffi gut repariert ich habe auch hier mein geschütz also mein schum achten wir sind jetzt für ein dicker guck mal in die mitte unten recht hochgehend das ist das so ein swat-tipp oder was Achtung Bulle link Bulle erledigt also mir ohne die geschütze kann man nirgends mehr noch wo jumpa Achtung Achtung vor dir die kommen ok ich muss verteilen Achtung Achtung jetzt kurz luft die haben Bomben an sich hast du es gesehen ne 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 Achtung der ist drüber gesprungen einfach weiter der ist drüber gesprungen und schon laden 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 boah geile hink vergeht nicht dein leeren ding hin und wieder mal zu nehmen einfach mal Achtung ah dein geschütze ist schon wieder kaputt ja ok das alles klar Kampfer ist erledigt was irgendwas killt mich jetzt hat's dich geheilt warte ne noch nicht jetzt hat's wie viel halten die aus ok ich wechsele auf panzerbrechende muni ja ok dann mach was passiert ok jetzt drückt du aber nicht mehr so viel kommen wir jetzt grad eins dann klein ja da kommen noch einige da den doch scheiße 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 ok ok die panzer muni bringt was merkt richtig wie die einfach umfallen also nur noch panzer muni herstellen vor allem was die angeht jetzt naja ich habe den seine beachtungs jumper ja du siehst wie die wie die also da also du merkst die panzer muni bringt so viel die ganzen äh dinge sind kaputt wow da kommen noch ein paar vereins oh da kommt der nächste schwung warte ich muss noch mal kurz was essen jetzt ist mein leben hoch geht repariert die das geschützt bei dir ich halte achtung da kommen welche bitte habe ich habe ich wenn du hast keine vögel mehr kommen oh ja ich hab die hätte uns gekillt also ich mache hier beim nächsten mal mache ich hier richtig zu hier ist übrigens noch ein hellen leben ja ich muss reparieren ja okay du bist runter gesprungen ich doch nicht und ich spiele jetzt runter jawohl jawohl also man muss auch die mien zielen diese auf der brust tragen ja dann versuche ich die ganze zeit schon aufzuschießen wenn der freunde zu schön grün warte ich versuche es nochmal ne im nachhinein geht es leider nicht wie sieht es mit deinem leeren Elexier aus ich habe keins mehr achst keins mehr eine Minute 20 habe ich noch naja gut dann ist egal ja meine ich ja das läuft ja noch gut ja ich möchte nicht reparieren jawohl ich dachte die machen die ganzen dinge ja wenigstens kaputt immer die feine inzwischen weich in der mitte ja ja bei dem haus schade dass der nicht automatisch haben ein geschützt kaputt warum auch immer es kommt nicht mal ihren gegner hin ich präpariere es kurz wo ist es achtung big boy kommt weil das dann nicht nur automatisch nachlesen er hat mich ein bisschen ich habe ihn voraus schon gedacht ich hoffe ich kann schon mal neben mir blicken blut war nur ein helm aber nimm dir mal bitte die muni ist leer von den teilen hör mal nach und die schrottlitten haben noch nicht mal geschossen welche wahrscheinlich zu weit weg nein ich habe sie nicht gesperrt ich muss immer die munition sperren damit er dann auch schien also zwei waren leer geschossen aber kurz auf zu schießen erwartet nachdem diese ruhe ach so jetzt ballern die ja nicht mehr als baller die ja auch der war er explodiert aber leider unten da steht noch einer ach die schiebte ab da drüben ich dachte schon warum fallen die um blöde ist jetzt ich hoffe dass ich hoffe dass die alle nie mitgenommen haben sonst doch mal darauf nicht mehr rumlaufen warte ich neben dir links felix hier habe ich noch trinken ruhig achtung blöde ja weil er explodiert ja da ist die grüne krankenschwester geflogen und andere kann hier in so einem langweilig macht es mit spaß klar also blöd wenn man verliert wenn die anüberrennen aber das macht doch erst aus oder wenn du fast am sterbe bist das reparieren du musst auch kurz reparieren jawohl geschafft ja bei mir bitte auch nimmst mal in die hand ist man die hand guck auf mich und dann rückdrück rechtsklick danke es funktioniert oder immer noch ein oder abständen werden wir trocken raus hallo hier wäre wieder damit uns auch wieder hast ja sonik wieder ich stelle das auf einmal wird jetzt gern da schön rausgehen blöd neblich also vorsichtig ja gott kommen die dinge sind fast alle kaputt ich bin hilfvoll ich kann nicht looten bücher schon die wir noch nicht haben ist in der mitte drinnen ja okay hier geht es schon für mich nicht mehr weiter warte nur auf dich damit mal immer rückendeckung der zaun ist aus du das bescheid weißt aber das müsste nichts mehr kommen weil die geschütze sind an kann zwar kommt kommen hier sieht alles gut aus hier ist keiner durchgekommen und der seite nicht auseinander bauen bitte weil es gibt dann wenn wir schon hier sind dann kann man die auch mitnehmen die geben nämlich hier ich bin gleich dann genau ein buch noch mal die ganze munition wieder wegstecken was essen kann dann weg trinken kann dann auch weg trinken trinken wobei einmal nehmen die steps die 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 magazine mussten auch gleich einfach voll machen wieder links alles klar ja ich denke mal kann es auch kommen da wird nichts kommen die schütze sind an drum ist aus also nur nicht runterfallen wegen den spikes schutzanzug maske das brauchst du wegen dings wahrscheinlich wird es dich nicht nur verstrahlung die ganze fast die ganze muni jetzt wieder weg packen ich nehme jetzt nur meine standard wieder sachen wieder mit reicht ja sie hinten sind so durchgerannt der stromzaun hat sie ganz schön erwischt warte auf dich bevor ich wieder ganz raus koly moly war das gar nicht mal wie viel level habe ich gemacht wir haben wieder nicht geguckt wie viel wir getötet haben vorher ach so ne aber ich war bei 66 du hast ende 67 am von 68 quasi bin 71 ich bin 69 glaube ich warte ja ich habe drei level ich habe vier punkte deswegen vier level ich bin ja kurz davor kommst du unser konstrukt egal sind unsere das war es erst repariert werden erwarte pass auf da sind denk an die min auch ja ich habe sie gerade in gedeckt ja genau da hinter dir ist nämlich direkt eine und nix mehr es war das war es nicht viel not ja nur essen habe ich jetzt eingesammelt oder was langweilig da dachte ich kriege jetzt mal voll der shit ich habe auch essen essen und trink kriegst glaube ich am meisten aus solchen schutzanzug jacke cool also ich habe jetzt hier eine zweite rüstung schlussene schuhe schade da ist der schutzanzug drinnen macht das da unten drinnen ich habe ein paar rüstung teile unten rein gemacht ach so ich habe es nicht gesehen dass um ja okay sorry ich habe gesehen dass türen und klamotten ach so ja wegen dings ich habe es nicht gesehen machen wir jetzt mit unserem sieg eigentlich ich weiß nicht ich wünsche man noch mal jetzt zu dieser setz ist vorbei ja wieder sieben tage warten bis nächste ist der nächste spaß beginnt aber echt hat er dann kann ich das ja auch ich habe auch bücher gefunden noch hast schon reingehört ich habe noch nicht geguckt ich hätte nur ein buch ein oder zwei bücher was das habe ich noch nicht das habe ich noch nicht aber noch nicht das habe ich noch nicht jetzt wo ist mein auto hin ich habe es bei mods reingeballert oder wahrscheinlich ich habe jetzt erst mal mein auto sucht ja ja wo ist es tag 22 der entlärte heute neue ware ich würde sagen ich habe mir jetzt erst mal meine axt und macht die ganzen spikes drinnen wieder weg ich habe es gefunden ich habe es gefunden schade dass man die nicht wieder aufheben kann aber damit keine ausversehen rein springt das ist bei mir die gabel du was hast du gegessen weiß ich nicht ja du hast eine scham super gegessen was gibt die dir muss zahre wachsen bei jazz wachsen jetzt brusthaare nur dass ihr bescheid wisst ich sehe das aus wie ein kerl naja volle frisur passt ja schon von dem outfit her auf ich habe das gar nicht gut ja ok ich habe es vorhin noch kurz gekutzt hol mal zement deine nagelpistole und reparier vorne das komplett ist da noch was drin ja guck mal da also was vorne durch also einfach vorne mal rumlaufen wo wir gekämpft haben dort alles nicht da was machst du jetzt da da wo wir gekämpft haben reparieren was hast du wieder gedacht jetzt das von außen reparieren da lass ich mal zu und die hier sieht man ja ich würde ja testen doch mal so ob so eine mine auch bei uns hoch geht aber ist irgendwie nicht ich teste wenn ich das achievement kriegt da passt du doch schon die habe ich nicht nicht da ja der übergang das ganze ding ist kaputt da müssen wir dann eisen machen gibt es wenige punkte bei dir ich habe das achievement doch schon und ich habe aber fast ein level ab warte ich mache mir erst ein level ab nein dann springe ich war wieso denn wieso war ich sie chief menschen hat ja wieso denn für die wissenschaft nur für dein ego jetzt wieso für mein ego was hat das mit meinem ego zu tun ich wollte mich bereit zu erklären bist du fertig bist ich will ja da durchlaufen können ruhe jetzt sehe mit holen kann sterben glaube ich ich bin ja schon gestorben ja aber durch fremde min nicht durch eigene min zum finals jetzt wird mittlerweile jetzt ab 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 bl insane ab Ich habe jetzt das ganze Ding auf. Für die Wissenschaft! Hieronimo! Ich habe überlebt. Wer hätte es gedacht? Egal, kannst du nochmal durch ein paar laufen, oder? Wie wieder hast du noch? Wir liegen noch ein paar, aber wir haben das Buch gelesen, dass die nicht sofort explodieren. Ach so, okay. Dadurch hat das jetzt gedauert. Also wir können ganz normal durchlaufen. Mit dem Auto kann es schwierig werden, aber ich glaube mal, das zählt auch. Oh, ich brauche Leben, damit ich hier die Löcher stopfen kann. Sind sie alle soweit repariert? Ja, ja. Zeigts nochmal an, immer Eisen, Stahl, nicht wahr? Ähm, ja. Brauche ich mal Stahl. Ich habe mir nicht mal ein Bein gebrochen oder so. Ich habe aber die Hälfte von meinem Leben verloren. Ach so, ich kann das skillen. Aufstehen. Ach so, jetzt habe ich viel zu viel genommen. Ich wollte Lehm mitnehmen. Oh, liebe Leute. Wir haben es geschafft. Ja. Wir sind halt die Besten. Ich würde sagen, haben wir am meisten Spaß. Ja, das stimmt aber so. Hier ist nicht repariert. Oh. 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 Ja, das hat nicht gleich... Ah, okay. Oh. 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 Okay, bitte. beiaß die Pfosten. Die Pfosten. Sind auch alle zerschossen? Das ist alles, was ich jetzt nicht machen kann, muss repariert werden, terreintheoretisch. ach jetzt habe ich keine eisen mehr kein stahl mehr jetzt habe ich mal kurz mal gemacht ok 10.000 wir brauchen dann wieder reparieren genau das geht nicht so schnell weg damit ja was machen wir jetzt was hast du lust du weißt es nicht guck mal auf die uhr es ist punkt 01 wird so weitermachen ich brauche erstmal pause ok sie möchte erstmal eine pause leicht bis gleich auch wenn es für der aufnahme eigentlich scheißegal ist ein wunderschöner sonnenaufgang ok danke fürs zusehen bis nächstes mal bis zur nächsten round tata